Sowas hast du vermutlich noch nie gesehen, oder? Eine Kuh blockiert den ganzen Verkehr und wird nicht verscheucht. Solche Szenen habe ich selbst immer wieder gesehen in Indien. Warum das so ist, erkläre ich dir jetzt bei Clip & Clare. In diesem Video geht es um den Hinduismus. Der Hinduismus gehört zu den fünf sogenannten Weltreligionen. Hier siehst du das Symbol des Hinduismus, die heilige Silbe Om. Die klingt so. Om. Damit beginnen und beenden viele Hindus ihre Gebete. Und das hier ist ein besonders schöner und grosser hinduistischer Tempel. Der Minakshi-Tempel in Südindien. Der Hinduismus ist die älteste der fünf Weltreligionen und die drittgrösste dazu. Weltweit gibt es rund eine Milliarde Hindus. Die allermeisten von ihnen leben in Indien. Aber auch in den Nachbarländern Sri Lanka, Nepal, Bhutan und in einigen weiteren Ländern ist der Hinduismus recht weit verbreitet. In der Schweiz leben etwa 50'000 Hindus. Kommen wir dazu, woran die Hindus glauben. Dazu musst du wissen, dass es nicht den einen Hinduismus gibt. Die Anhängerinnen und Anhänger dieser Weltreligion haben zum Teil sehr unterschiedliche Traditionen, Rituale und Vorstellungen. Das ist auch ein Grund, warum es im Hinduismus unglaublich viele Göttinnen und Götter gibt. Manche sagen 30 Millionen, andere sogar mehrere hundert Millionen Gottheiten. Dabei suchen sich alle selbst aus, wen sie anbeten. Obwohl es so viele Gottheiten gibt, gibt es solche, die besonders wichtig sind und von vielen Hindus verehrt werden. Zum Beispiel die drei höchsten Götter. Brahma. Er hat die Welt erschaffen. Dann haben wir Vishnu. Er bekämpft das Böse und soll die Welt erhalten. Und der dritte ist Shiva. Er steht für Zerstörung und Neuanfang. Vielen Hindus ist auch die Göttin Lakshmi sehr wichtig. Sie steht für Glück und Schönheit. Ganesha ist auch ein Glücksgott. Ausserdem gilt er als sehr weise und ist ein Beschützer. Viele Hindus haben deswegen im Auto eine Figur von Ganesha, damit er sie vor Unfällen beschützt. Ganesha ist bei Kindern sehr beliebt. Er soll ihnen nämlich bei wichtigen Ereignissen im Leben helfen. Zum Beispiel beim ersten Schultag. Und er liebt Süssigkeiten. Sympathisch, oder? Viele Hindus verehren auch Krishna mit der blauen Haut und der Flöte. Er steht für die Liebe oder die Freude. Hindus beten und verehren ihre Götter und Göttinnen an vielen Orten. Viele Familien haben zu Hause einen Altar oder ein ganzes Zimmer mit Bildern und Figuren, die ihren Gott oder ihre Göttin verkörpern. Die Zeremonie, mit der diese Gottheiten verehrt werden, heisst Puja. Dabei schenken die Hindus ihnen Blumen, Essen oder Wasser. Auch im Tempel gibt es Pujas, zu Ehren der Göttinnen und Götter. Dort führen Priester die Zeremonie durch. Viele Hindus kommen in den Tempel, um ihre Gottheit zu sehen und Geschenke zu bringen. Im Hinduismus gibt es viele heilige Schriften. Die ältesten sind rund 3000 Jahre alt und heissen Veden. In denen stehen Botschaften der Göttinnen und Götter. Auch das wichtigste Gebet der Hindus steht darin. Das Gayatri Mantra. Viele Hindus sprechen es jeden Tag. Kommen wir zu einigen Regeln, Bräuchen und Vorstellungen, die für alle Hindus gelten. Einmal im Leben sollten alle Hindus zum heiligen Fluss Ganges pilgern. Jedes Jahr reisen unglaublich viele Menschen an und baden im Wasser dieses Flusses. Wie hier in der heiligen Stadt Varanasi. Sie glauben, dass sie so von ihren Sünden befreit werden. Viele Hindus ernähren sich vegetarisch, weil sie keine Tiere töten wollen. Und für alle Hindus gilt, Rindfleisch essen geht gar nicht. Denn Kühe sind im Hinduismus heilig. In Indien dürfen sie frei in Städten und Dörfern herumlaufen. Und wenn sie auf der Strasse liegen, darf man sie nicht verjagen. Jetzt weisst du auch, warum man in Indien oft solche Szenen sieht. Hindus glauben an die Wiedergeburt. Sie sind überzeugt, dass beim Tod nur der Körper stirbt. Die Seele wird in einem neuen Körper wiedergeboren. Also was man wiedergeboren wird, das bestimmt das Karma. Dazu zählen alle Taten eines Menschen während des ganzen Lebens. Wer viel Schlechtes getan hat, kann im nächsten Leben zum Beispiel als Wurm wiedergeboren werden. Wer sich gut verhält, wird zum Beispiel als Kind einer reichen Familie wiedergeboren. So der Glaube. Das eigentliche Ziel ist aber, gar nicht mehr wiedergeboren zu werden. Wer das schafft, erreicht das sogenannte Moksha. Es ist schwer zu beschreiben, was das genau ist. Die Hindus stellen sich Moksha als einen Zustand von unbeschreiblichem, vollkommenem Glück vor. Als eine Erlösung. Als eine Verbindung mit dem Göttlichen. In Indien gibt es sehr grosse Unterschiede zwischen Arm und Reich. Bei einem der wichtigsten Feste des Hinduismus spielt das aber zumindest für einen Tag keine Rolle. Holi ist das fröhliche Frühlingsfest der Hindus. An diesem Tag feiern alle zusammen. Unabhängig von Herkunft, Beruf oder Besitz. Die Menschen tanzen, singen Lieder und bewerfen sich mit buntem Pulver und Blüten. Ein weiteres wichtiges Fest ist das Lichterfest, die Wali, zum Ende der Regenzeit. Gefeiert wird der Sieg des Guten über das Böse. Tausende Öllampen werden angezündet, vor Fenstern, an den Tempeln oder auf kleinen Schiffchen, die im Fluss treiben. Daher hat das Fest auch seinen Namen. Die Wali heisst übersetzt Lichtermeer. So, jetzt sind wir am Ende unserer Hinduismus-Folge. Klar ist, dass dies nur ein grober Überblick ist. Denn in so ein Video passt natürlich nicht alles rein, was eine ganze Weltreligion ausmacht. Aber viele wichtige Dinge kennst du jetzt. Übrigens, wenn du mehr zu den anderen Weltreligionen erfahren willst, dann schau doch mal vorbei. Ich habe dir diese Videos unten in der Beschreibung verlinkt. So, das war's für heute. Tschüss!